ja hey Leute willkommen zu einem weiteren Video wir spielen heute RENDOM SQUADS PURES GOLD in dem Grad Limited Time Mode der zur Zeit drin ist und da werden wir jetzt mal gucken wie es so läuft wir sind noch ein Ladescreen auch eben ist ein Ladescreen hä? können du kein speak dann kann ich fortreden hallo hallo θη 2 haben wir dann wiederُf刻��rite denn das conquistische werden ein mega deutsch irgendwie an er hat offen war egal wie viel diese Runde dieses Video egal wie gute Runde jetzt wird ich werde sie hochladen sorry ich bin halt immer noch ein bisschen krank oh Gott ah der ist One-Shot ah okay komm jetzt müssten die mich durch nein die carry mich anscheinend nicht durch jetzt kommt auch den letzten an Lade das ging wirklich nach hinten los das war es heute mit dem Video das ist ein relativ kurzes Video gerade es kommt wahrscheinlich nachher noch eine Episode wo ich meinen Vlog einspielen werde bis da bis dahin bis dahin Vielen Dank.